So, Katharina, deine Eindrücke von gestern und heute oder von heute, von morgen bis jetzt? Meine Eindrücke, Nummer eins, ich hatte Schmerzen unter den Achseln und wir haben ein bisschen Peider gemacht unter den Achseln. Es war schmerzhaft, aber jetzt sind die Schmerzen viel weniger. So, das hat mir schon geholfen und ich fühle mich, ja, ich habe ein bisschen mehr Energie, als ich gehabt habe, bevor ich hergekommen bin. Wirklich? Ja. Wie kommt das so aus? Wie kommt das? Es ist, den ganzen Tag habe ich mich bewegt. Wir hatten heute Morgen schon das meditative Jogging gemacht. Das war sehr anstrengend, aber nachdem es fertig war, habe ich mich besser gefühlt. Ja, super. So, ja, danke. Ich frage mich schon auf morgen. Gut, gut, gut. Dritter Tag sehen wir. Ja, werden wir sehen. Okay. Danke dir. Ja, bitte. Danke dir. Danke dir.